Endlich wieder Fans im Stadion. Ja, Mann. Geil, oder? Ja, ich weiß, City. Ihr kennt das doch gar nicht. Hey, das war gemein. Unsere Fans sind unser zwölfter Mann. Ach, ja? Ja, damit können wir auch ein so starkes Team wie eures besiegen. Klasse. Wir haben auch unseren zwölften Mann am Start. Zwölfter Mann? Wieso? Was? Na, überleg doch mal, Everton. Oh, sag jetzt aber bitte nicht den Schiedsrichter. Den Schiedsrichter? Nein, das wäre sowas von 2017, Mann. Okay, also dann? Den Videoschiedsrichter natürlich. Ist das dein Ernst? Kacken Bären in den Wald? Ähm, ja? Siehst du? Da hast du deine Antwort. Hallo, Everton. Ja, ich bin im Team von City eben, aber trotzdem, schönes Spiel. Schönes Spiel, heils Maul, du Vogel. Nett sein, Everton. Dann bleibt's vielleicht auch nur bei der einen Fehlentscheidung. Hast du gehört, Everton? Du sollst nett sein. Okay, ja, wie auch immer. Guck mal, City, ich bin Handballprofi. Ja, super, Rodri. Weiter so. Alter, das ist Hand. Warum wird das nicht gepfiffen? Everton, du kennst die Antwort. Ja, tut mir leid, Everton, aber das war für mich jetzt nicht eindeutig ein Handspiel. Also, ja, also, weil, ähm, naja, Dingenski, Gulasch. Und weißt du was? Halt doch einfach die Fresse, Mann. Daumen hoch und checkt euch gern meinen Zweikanal ab. Ciao.